Stell dir vor, du kannst einen Mann mit auf eine Insel nehmen und weißt, dass dir nichts passiert, weil er der Beste dafür ist. Er sorgt dafür, dass du glücklich bist. Du musst entscheiden zwischen mir und deinem Vater. Wen nimmst du mit? Mein Daddy. Ich denke nicht, dass du damit falsch liegst. Hallo, hier ist Lee. Woran ist mein Bruder gestorben? Also das ist Lee Chandler. Das verstehe ich nicht. Was davon verstehen Sie denn nicht? Ich kann nicht sein Vormund sein. Joe hat für Patricks Unterhalt vorgesorgt. Ich denke, seine Vorstellung war, dass Sie umziehen. Ich soll umziehen? Wohin? Ja, hier? Naja, wie Sie hier lesen können, ich hatte den Eindruck, dass Sie in den letzten Jahren öfter hier gewesen sind. Hallo, meine Süße. Ich bin doch nur die Notlösung. Lee, niemand kann nachvollziehen, was Sie durchgemacht haben. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass es Ihnen nicht möglich ist, dann ist es Ihr Recht, das abzulehnen. Wo fahren wir hin? Ins Leisenhaus? Halt die Klappe. Setz dich ins Auto. Ich kann den Befehl nicht ausführen. Die Tür ist zu. Also, weißt du, er kann jederzeit bei uns wohnen, wenn er am Wochenende herkommen will. Willst du sein Vormund werden? Naja, wir... Ihr will nicht mein Vormund sein, spinnst du? Wir wollen uns ehrlich gesagt, dass die ersten Kinder bei das Haus verlassen. Hallo? Hallo, Lee? Ich wollte nur sagen, dass es mir leid tut. Wie geht's denn, Patrick? Er öffnet sich mir gegenüber nicht so richtig. Hast du Sex mit diesem Mädchen? Wir müssen uns im Moment leider noch etwas einschränken. Was soll das heißen? Ich arbeite noch dran. Ich komme damit klar, wenn du nicht mein Vormund sein willst. Das ist es nicht. Ich muss das nur organisieren. Alle meine Freunde sind hier. Ich habe zwei Freundinnen und spiele in einer Band. Du bist Hausmeister in Quincy. Was zum Teufel spielt das für eine Rolle, wo du lebst? Ich habe eine Menge schrecklicher Dinge zu dir gesagt. Das hat mir das Herz gebrochen und ich weiß, dass deins auch gebrochen ist. Nein, du verstehst das nicht. Da ist nichts mehr. Das ist nicht wahr. Ich glaube, irgendwas stimmt nicht mit mir. Soll ich deine Freunde anrufen? Ich weiß es nicht. Was soll ich jetzt machen? Ich werde dich in Ruhe lassen, aber ich setze mich hier hin, bis du dich beruhigt hast. Alles klar, jetzt bin ich wieder ruhiger. Also könntest du bitte einfach gehen? Nein. Was für ein Fisch ist das? Ein weißer Hai. Das ist kein Hai. Wer weiß das schon? Komm schon, zieh ihn raus. Das ist kein Hai.